Herzlich Willkommen zur Ausbildung. Sei dabei. Von überall her. Auf unsere Online Academy. Herzlich Willkommen. Und trete der Community von über 2500 Absolventen bei. Nutze unsere Live Calls, unsere Facebook-Gruppe und den WhatsApp-Support durch mein Team und meine persönliche Schülernummer, um dich auszubilden zum zertifizierten Hypnose-Coach. Ich bin Julia Stoll und ich arbeite aktuell als Hypnose-Therapeutin in eigener Praxis und bin ausgebildete Ärztin und Psychologin. Die Ausbildung kann ich wirklich von Herzen weiterempfehlen. Einerseits ist die Ausbildung wirklich für jeden geeignet. Man kann als Arzt profitieren, man kann als Psychotherapeut, als Psychologin, wenn man das jetzt schon beruflich macht, profitieren. Aber man kann wirklich auch profitieren, wenn man etwas ganz anderes gemacht hat. Weil es auch einfach hauptsächlich um Menschlichkeit geht. Aber auch ganz wichtig, man kann das auch sehr gut für sich selbst machen. Das heisst, dass man eben dann in der Ausbildung auch Fähigkeiten an die Hand bekommt, wie man im Alltag etwas anders machen kann mit der Familie oder auch mit Partnern oder im Beruf. Oder eben auch nur schon mit sich selbst. Die Vorteile der Online-Ausbildung gegenüber der Fortbildung vor Ort sehe ich darin, dass man bei der Online-Ausbildung diese Aufzeichnungen immer wieder anschauen kann. Das heisst, man genießt die Ausbildung nicht nur einmal, sondern man kann sie dann auch immer wieder auffrischen. Das heisst, man kann hier sagen,